Untertitelung des ZDF für funk, 2017 die Naturschönheiten in den Bergen geniessen und bewundern können, ist das nicht zuletzt auch den Bergbauern zu verdanken. Die Patenschaft Gobe versucht seit 50 Jahren, den Menschen das Leben ein bisschen leichter zu machen und sorgt dafür, dass die jungen Bergbauerinnen und Bergbauern im Berggebiet bleiben können und nicht abwandern müssen. Dank ihrer grosszügigen Unterstützung kann die Patenschaft Gobe seit 1942 Sanierungen von Höfen und Ställen mitfinanzieren, Hofzufahrten bauen und die Arbeits- und Lebensqualität der Schweizer Bergbevölkerung verbessern. Die Zeiten haben sich zwar geändert, aber die Probleme sind geblieben oder sogar noch grösser geworden. Was für uns zum normalen täglichen Komfort gehört, ist für viele Bergbauern nämlich auch heute noch keine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie unsere Bergbauern unterstützen möchten, dann können Sie das mit einem Einzahlungs-Ski machen, der jetzt in den Gobe-Läden aufliegt. Besten Dank im Voraus. Das Grillieren ist nicht nur eine der beliebtesten, sondern auch eine der ältesten Methoden zum Zubereiten von Fleisch, Fisch oder Geflügel und wir Schweizer grillieren heute noch fast so gern wie in der Steinzeit. Im Unterschied zu damals gibt es die zarten Grilladen heute aber grillfertig beim Gobe-Metzger. Und auch die Grillmethoden sind wesentlich verfeinert worden. Die raffiniert abgestimmten Gewürzmischungen von Gobe sorgen für einen abgerundeten Geschmack und die entsprechende Rasse. Oder probieren Sie es doch zur Abwechslung mal mit den neuen Bonjour-Kräutermargarinen. Sie schmilzt sofort und ist die pflanzliche Alternative, die sich auch vom Preis her angenehm abhebt. Was Einkaufen bei Gobe unter anderem so angenehm macht, ist die grosse Vielfalt von Produkten und Marken, die zur Auswahl stehen. Bei den Konfitüren zum Beispiel ist auch die bekannte französische Marke Bon Maman vertreten. Konfitüren, Bon Maman Bon Maman gibt es bei Gobe je nach Laden in sechs bis zehn verschiedenen Sorten. Die Abwechslung beim Zmorgen ist also garantiert. Eben so viel Abwechslung bietet Midi Le Menu, die feinen, ausgewogenen und servierbereiten Gerichte für alle, die gerne gut essen, aber nicht so gerne lange in der Küche stehen. Midi Le Menu ist exotisch, raffiniert oder bodenständig, wie Sie es am liebsten haben. Auch die Verpackung ist etwas Besonderes. Das Fleisch und die Beilagen sind getrennt, damit alles den eigenen Geschmack behaltet. Alle Midi Le Menu sind übrigens ungekühlt, mehrere Monate haltbar. Und wenn Sie für sich selber oder für überraschenden Besuch schnell ein komplettes Menü machen wollen, die Schalen im Wasserbad oder im Mikrowellenherd lassen heiß werden, aufschneiden, anrichten und geniessen. Midi Le Menu gibt es, wie gesagt, in vielen Varianten. Bestimmt ist auch Ihr Lieblingsgericht dabei. Von morgen an haben wir wieder neue Aktionsangebote für Sie parat. Wie immer an dieser Stelle eine kleine Übersicht. 500 Gramm Jubilor Bohnenkaffee, gemahlen und wachverpackt, kostet nur 4 Franken. Und ein Liter Sinalco oder Sinalco Light nur 95 Rappen. Gagliamelonen aus Spanien gibt es für nur 2,90. Ausserdem offerieren wir Ihnen die dreibeilige inklusive Polsterung in verschiedenen Dessins für nur 39 Franken. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie am nächsten Mittwoch wieder dabei sind. Sie sehen dann im GOP Inforama unter anderem einen Beitrag über das Energiesparen mit und bei GOP. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.